Hallo und herzlich willkommen bei der D-Schule. Diese Woche bin ich bei der BDO in Steinhausen. Die BDO ist spezialisiert auf schweizerisches und internationales Steuerrecht. Wie in jedem Land müssen auch alle Menschen, die in der Schweiz leben, Steuern zahlen. Auch wenn es steuerattraktive Kantone gibt, kommt man um das Steuerzahlen nicht herum. Ausländer, die den Jahresbruttolohn von 120'000 Franken nicht übersteigen, werden Quellen besteuert. Alle anderen Menschen müssen eine reguläre Steuererklärung ausfüllen. Wenn man die Steuererklärung korrekt ausfüllt und somit alle rechtlich zugelassenen Abzüge berücksichtigt, so kann man sicherlich Geld einsparen. Die BDO ist in der Schweiz an 33 Standorten, unter anderem hier in Steinhausen vertreten und hat weltweit über 64'000 Mitarbeiter. Sicherlich schadet es nicht, sich von einem Steuerexperten helfen zu lassen. Vielleicht würde dann auch dieser Spruch anders ausfallen, wenn man den Profi an seiner Seite hat. Ich arbeite für zwei, verdiene für einen halben und zahle Steuern für vier. Denkt mal darüber nach. Tschüss! Grundstellungsense Dيف usually Um 162 D blown von D und